servus und herzlich willkommen zu einem weiteren part hier bei villas blinds haben das letzte mal schon spiel entwickelt haben ganz gut geld verdient eigentlich und jetzt im moment ist bang bang im prozess im verarbeitungsprozess und wir sollten das auch gleich fertig haben 100 prozent jetzt entwicklung ist abgeschlossen das heißt wir könnten mal runtergehen mal gucken ob wir hier schon was drin haben so schon wieder strom und wasserrechnung um meine güte bang bang bewertungen community überprüfen so diesmal klicke ich gleich wir haben ihre zahlung erfolgreich bla bla abgeschlossen ein oder zwei stunden später kommen ich will eine gute bewertung hoch fünf punkte veteran gamer community und sechs punkte jawohl review it da haben wir auch sechs punkte rock paper und granite komm mindestens sechs punkte auch oder sieben das wäre auch super yes sieben punkte ja klasse das heißt wir können dann erst einmal unsere stromrechnung zahlen und unsere wasserrechnung zahlen dann haben wir immer noch tausend jetzt bin ich mal gespannt was hier noch so viel geld rein flattert was ist das ach so rechnungen viermal bezahlen haben wir ja geschafft es kommt geld rein es kommt tatsächlich geld rein muss einkaufen gehen das können wir machen nachdem ich das nächste spiel entwickelt habe ich habe hunger jawohl und 1299 das muss ich noch kurz abwarten dann kann ich eine wurst essen 1.949 12.000 oh 13.000 indikatoren werden nicht gespeichert ok so dann würde ich sagen bereit zu essen toast yum yum perfekt dann gehen wir einmal nach oben und schauen mal was wir diesmal für ein game entwickeln können na komm achso ich muss das hart drücken start halt einfach wenn ich rangehe e drückt dann sollte der gleich starten was soll ich denn anderes machen so ähm geschäft mails haben wir nichts ok rtx geben sie einen spielnamen ein äh komm einfach komm fertig hauptthema äh sport unterthema zweigstellen spielqualität zäh plattform auswählen pc so wir machen alles rein wir hauen wirklich alles rein so mono umgebungsgeräusche wir machen abschnitt das kopierschutz und dingsbums auf jeden fall äh da können wir nichts machen wir nehmen diesmal ci team und wir machen auch wieder straßplakate spielezeitschriften soziale medien 1 oh ne da machen wir soziale medien 1 so das kostet uns 9000 entwicklung hat begonnen ok dann gehe ich jetzt halt mal ganz kurz wir haben schon level 3 ne ja dann gehe ich jetzt mal ganz kurz einkaufen leute bin gleich wieder zurück ihr könnt dann zwar in die tasten hauen ähm muss ich jetzt da oder muss ich da da muss ich ne da 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 so ähm ja da das kaufe ich dann später ich würde sagen wir kaufen mal von jedem etwas so jeweils 5 von jedem Saft was haben wir da Werkzeugkasten keine Ahnung für was wir den brauchen kaufe ich mal Klebeband kaufe ich auch mal ähm das Camping ne haben wir ja nicht ähm Potato Comp jede Küche ist voll Küche ist voll Küche ist voll ok was ist das da äh sechs Kantschrauben Nägel kaufen wir halt alles mal Widerstand Kondensator so da kann ich ja nichts mehr kaufen ne ja weil die genau Küche voll ist ok dann gehen wir zurück die Entwicklung ist abgeschlossen ja 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 ich eile ich eile ich will es sehen was ist das für ein Spiel zahlen wir gleich so ihre Bewertung liebes Team bla bla beginnt eins zwei sieben zehn zehn schön hoch fünf Punkte dann doch bloß die ganze Zeit sehe ich die zehn hier aufblinken acht neun zehn sechs Punkte review IT sechs Punkte und bin ich mal gespannt komm sieben Punkte wieder acht Punkte yes das ist cool ich habe acht Punkte bekommen lasst mich rein so dann gehen wir mal hoch weil dann schaue ich nochmal da her das letzte Mal konnte ich mich da irgendwie nicht entwickeln verfügbare Punkte drei so was nimmt man da schärfentiefe Bewegungs- und Umgebungsokklusion gehen wir mal da einen Punkt drauf ähm chromatische Aberration was sind das sind das die achso das ist dann immer ein Punkt ne 15.900 also fast 16.000 cool ähm weiche Partikel können wir nicht mehr kaufen weil das äh drei Punkte kostet wir haben nur noch einen ähm Loots was ist ein Loots machen wir einen Grain-Effekt hier so zack achso ich kann da gibt es noch mehr Forschung Lucifer Match keine Ahnung oh Technologieforschungspunkt 0 wählen sie eine Abteilung Software ähm Kopierschutz 2 Moment System speichern Koop-System Koop-System ist auch immer gut ne ok Forschung ach ich kann das gar nicht ja ich weiß schon Lust Hüngerle Dursterle wir müssen jetzt erst einmal noch ein ein Game entwerfen ähm ATX geben sie den Spielnamen ein das Game Hauptthema es gibt sonst noch nichts ne also das wird man alles noch entwickeln können äh Rauferei Unterthema illegal Spielqualität C ja kann ich ja nicht Plattform auswählen PC so wir packen wieder alles rein ich kann leider hier nichts machen weiter da packen wir auch alles rein da natürlich auch ah das können wir jetzt nicht machen wir können den Crane-Effekt machen oh cool weil das habe ich ja entsperrt ne so wir können wieder zu CI-Team gehen wähle eine von denen ok Straßenplokate Spielezeitschrift und diesmal gehen wir auf die sozialen Medien 2 kostet zwar ein bisschen mehr aber ich denke weil da können wir jetzt nicht mehr ich denke dass das was bringt so Entwicklung hat begonnen flüssiger Bestand Verschmutzung Zimmertemperatur ähm veröffentlicht das auf freiem Thema passieren 7000 verdient Bedarf erstelle ein Spiel das auf dem Hauptthema von Fight passiert verdiene mehr als 7000 verbleibende Zeit zwölf Minuten öha okay ähm sowas müsste ich natürlich lesen wenn es ist ne äh türkischen Kaffee machen wir uns mal das sind die ähm wo der Kaffeesatz dann drin schwimmt mit dem man eigentlich nicht aufrühren darf ist das jetzt euer Ernst ich muss jetzt tatsächlich euren Müll rausbringen wo ist denn der Mülleimer da ist er und jetzt habe ich ja Durst auch noch dann warte mal dann gehe ich erst noch mal in die Küche Kaffee ist fertig jam jam so dann schauen wir mal dass wir hier noch den Müll raus tun kann ich den da gleich mitnehmen nein ich muss tatsächlich jeden Eimer separat leeren die Entwicklung ist abgeschlossen ja aber jetzt lasst mich da rein Müll haben wir noch ganz viel obwohl das kann ja dann an zwei laufen wir zahlen unsere Rechnungen wie immer anscheinend ist das boah ey das wenn ich jedes Mal hätte ne dann ehrlich so Community überprüfen bla 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 der Verkauf beginnt etwa ein bis zwei Stunden später komm eine hohe Bewertung mindestens sechs oder sieben Punkte das wäre schon cool vier alter so wenig fünf Review IT ich habe Hunger und auch fünf komm ihr seid doch immer ganz gut ihr gebt mir doch immer ganz viele Punkte sechs Punkte doch mindestens oder los sechs Punkte yes dankeschön so einen Müll habe ich noch da kannst du den jetzt mal nehmen der Verkauf wurde gestartet achttausend wow gleich mal im ersten Verkauf achttausend noch mal sechs auch hammer noch mal fünftausend Toast Himbeersaft dann können wir uns ja 26 boah okay cool dann würde ich sagen können wir uns auf jeden Fall die Mikrowelle gekauft so gucken wir mal hier okay da geht nichts äh 15 ja das müssen wir dann aber im anderen Mal kaufen ich bin auf jeden Fall schon wieder ah da blinkert was grün ich habe wieder zwei Punkte aber ich würde jetzt gerne mal hier weiter gehen ob ich da irgendwas ähm Software System speichern ich kann keine Forschung machen Technologie System speichern geht nicht ne okay dann machen wir da nochmal ähm chromatische was auch immer das sein mag Punkt und äh Farbkorrektur Punkt gut dann haben wir schon mal zwei Dinge einmal zweimal werden sie eine Abteilung Forschung Spieler können das Spiel speichern das geht nicht ne okay ja ist das jetzt oder ist es nicht doch keine Ahnung warum das da immer noch so aufleuchtet naja gehen wir mal rein in den Rationer machen wir gleich das nächste ähm Entschienen erstellen machen wir mal äh Spiel Entschienen Name äh Ludos B oh 60.000 A oh Gott okay wir müssen auf C bleiben Plattform hinzufügen ähm die Trainstation möchten sie wirklich die Trainstation E-Lizenz für 4500 erwerben ja hinzugefügt PC PC und Trainstation okay da haben wir die beiden quasi hinzugefügt ähm das fügen wir natürlich alles hinzu Gebäude Pack Gelände Texturen Lime Programm oh das wird wieder was Nahkampf Animation Tink Tink Entwicklung hat begonnen Aufgabe zu Enrilo hinzugefügt welche Aufgabe zu Enrilo wer ist Enrilo bist du Enrilo ist hier irgendwer Enrilo hallo du vielleicht hm keine Ahnung Tja so so das läuft so ich kann auch nicht nochmal am Computer gehen warte mal dann gehe ich da nochmal drauf ähm Lucifer Match keine Ahnung was das Lucifer Match ist vielleicht kann ich hier irgendwas machen Audio Umgebungsgeräusche Paket 2 2D 3D Modelle Gelände Texturen Technologie Forschungspunkt bei Animation ich weiß halt nicht was ich hier machen kann Kopierschutz 2 Forschung ja ja System Speichern ich kann hier irgendwie nichts machen keine Ahnung es leuchtet immer noch äh ja Wasser gleich ich bin ja bloß noch am Essen und am Trinken hier da 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 schauen wir doch mal was ist Ludos geben sie einen Spielnamen ein ähm da muss man sich ja echt was aus den Fingern saugen hier ähm das Lama Hauptthema Hammerkeins es gibt halt nur diese drei aktuell ähm Rauferei Unterthema Legal Spielqualität natürlich C Plattform Train Station da kann man nur einen machen dann machen wir mal Train Station ähm 0 Punkte wir machen natürlich alles hier rein was geht ich denke mal dass da unten auch dann mehr verfügbare Prozente stehen wenn man irgendwas Crain Effect kostet zwar alles etwas aber ich denke mal dass das auch dann was bringt ne 8100 Straßenplakate Spielezeitschrift passt einmal entwickeln einmal entwickeln bitte dann geben wir mal was trinken wieder mal äh verfügbar 12 ne dann trinke ich jetzt einfach nur mal Wasser ne Orangensaft das gönne ich mir ja Energy Getränk verfügbare Gatches Mikrowäller Rindfleisch Burger kann man sich da ah das kann oh ok hausgemachter Burger von geringer Qualität könnte in dreieinhalb Minuten fertig sein ist da die Betonung auf könnte hm könnte ja Mac and Cheese ne seit wir die Mikro haben ne geht das natürlich dann so Lager 15 von 30 Wasser müssen wir kaufen kann man das nachfüllen kann ich das nachfüllen hallo ähm kann ich mit euch quatschen irgendwie E mit F der Krieger sieht ja ganz toll aus hallo kann ich dir was helfen tja da sind auch keine Aufgaben irgendwo dass da am PC irgendwas liegt oder so hm kann ich noch nicht raus tun na gut schauen wir noch mal nach oben über das Zimmer ja das Lama ist fertig ok 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 wir müssen erst mal das da machen Miete 5500 alter so jetzt guck mal hier Dream Games Network komm hau uns einmal richtig Punkte um die Ohren hier vier das bringt wieder kein Geld Veteran Gamer Community komm sechs Punkte 5 Review IT vielleicht hast habt ihr ja ein paar Punkte mehr vier Punkte oh Gott komm dann wenigstens du mit sechs Punkten das wäre schon super und nur drei Punkte oh oh so ich habe 128 Dollar dann zahle ich erst einmal die Wasserrechnung dann warte ich jetzt mal ganz kurz ob ich Geld bekomme der Verkauf wurde gestartet und 4300 ich muss die Miete zahlen weil sonst werde ich rausgeschmissen ok dann können wir die Miete zahlen wir können die Stromrechnung zahlen und wir können an das nächste Projekt rangehen lass mich rein und ich habe schon wieder Hunger wie sollte es auch anders sein ähm dann mache ich ne ich muss irgendwas äh schnelles Kartoffel rohe gehackte Kartoffel los Moment hier nochmal reingehen ich habe einen Punkt dann machen wir mal die Farbkorrektur noch mit rein so wir entwickeln wieder auf der anderen auf der RTX Motherboard Asus Mini RTX ok rtx geben sie Spielnamen ein ähm 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 Hauptthema Rauferei und der Thema illegal nein machen wir unter dem Robot Spielqualität leider nur auf 10 c da haben wir PC so da schauen wir halt mal was man alles reinpacken könnte ich würde immer gerne alles mit reinpacken das ist ein Minus aber wenn wenn ich da auf 40 gehe da auf 0 hm hm ah plus 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 warte mal dann gehen wir doch da mal auf 50 Benutzerschnittstelle wir machen 45 und das gebe ich die letzten Punkte drauf da hat man Minus das heißt also ich muss vielleicht allgemeines Audio mal runterschrauben da mal runterschrauben und wir geben dafür die 10 Punkte hier noch mit drauf da haben wir ein plus ähm Physik machen wir 45 Fehlerbehebung machen wir 45 und Systeme gehen wir dann um 15 nach oben gut Kopierschutz programmieren geht es auch noch es geht alles was geht geht so das ist zu teuer die können wir uns leisten Straßenplakate können wir uns leisten und das war's außer wir gehen von Lyric Games nicht wir gehen zu Game Joint dann können wir das trotzdem nicht machen ne ok dann nehmen wir Lyric Games weil wir können keine 2 nehmen ne dann passt das so entwickle mal der Fighter so jetzt gucke ich da nochmal drauf hier 0 Punkte Lucifer Match keine Ahnung Forschung ich kann hier nichts klicken werden sie eine Abteilung Software Kopierschutz ne warte mal wir machen Level Design Topografie aber ich kann hier nicht weiter Forschung da wird auch nichts angezeigt oder sowas na gut dann trinke ich mal einen Schluck wir sind hier bei ah kann ich einen Schluck trinken und dann ist eigentlich schon wieder so weit dass ich Wasser ja zack raus 85% ach ist aufgefüllt warte mal nehmen wir mal gleich den Müll mit wenn es geht geht nicht auch nicht ist die Entwicklung jetzt fertig hallo ok Entwicklung ist abgeschlossen Fighter Bewertungen warte mal wir zahlen erst einmal die Wasserrechnung dann machen wir Bewertungen jawohl gucken wir mal Dream Games Network bekommen wir es ist schade dass ich es nicht schneller laufen lassen kann 6 Punkte hey Veteran Gamer Community komm verhext verhext 7 Punkte hey das könnte mal richtig schönes Geld hier werden 5 ach komm du musst aber auf jeden Fall jetzt 6 oder 7 Punkte geben ey Rock Paper Grenade nur 4 na super na dann gebt mir Geld dass ich meine Rechnung zahlen kann hallo ich will Geld verdienen ich will meine Stromrechnung zahlen verkauf wurde gestartet ok und 4600 also Stromrechnung kann ich schon mal zahlen 3800 lasst ihr mich jetzt rein 11400 1500 ey das ist ja übel keine Challenge ok 15.000 in complete verdient also hier kann ich zwei Punkte vergeben dann machen wir mal Wignettierung und wir machen Detaillierungsgrad Ziffern mit Themenforschung ich will irgendwas forschen ich kann auch hier nicht warte mal witz wenn ich rausgehe keine Ahnung Mafia Team Villa Blinds so ich würde sagen an der Stelle mache ich mal Schluss wir werden uns das Ganze auf jeden Fall noch einmal anschauen in dem dritten Part ich hoffe jedenfalls euch hat dieser Part gefallen lasst mir gerne ein Like da lasst mir Kommentare da lasst ein Abo da wenn das noch nicht passiert ist dann erfahrt ihr auch immer wenn ich etwas hochlade und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag schönen Abend schönes Wochenende was auch immer macht's gut ciao ciao Outro Outro Vielen Dank.